Das ist die 70er-Pile, oder? Das ist 88, genau. Das ist ein Bankbett. Die Füße sind ruhig richtig hoch. Die Füße sind hier drin. Die Füße sind hier drin. Das ist ein Superherum. Du achst das. Du achst zwei Bands, zum Beispiel. Und dann du achst das Brot. Ja. Sehr gut. Und du hast viel Platz. Du kannst hier, zum Beispiel, ein Moschitonet in. Ah, Moschitonet. Zum Beispiel, oder andere Dinge, wie ein Air-Mattress. Zum Beispiel, wie dieser hier. Du kannst ihn auch da reinlegen. Und es ist leichter, zu reisen. Sehr schön. Und hier? Ja, das ist die Brot. Da ist die Brot. Ja. Sehr flach. Sehr flach. Schön. Danke, danke. Du bist willkommen. Der Name der Firma? Das ist Discobet. Ja. Willst du eine Brot? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Schüsse. Ich bin sicher. Gute! Ich bin coge. Entfernen hier.